Wie lange glauben Sie denn, dass wir noch über das Bargeld verfügen können, bis in die Chancen, dass dieses Bargeld Zukunft hat? Naja, solange Sie es benutzen. Also letztlich ist unsere Haltung ganz klar, Sie bekommen von uns das, was Sie sich wünschen. Was wir allerdings eben auch sehen, ist, dass der zunehmende Online-Handel beispielsweise, der zunehmende Bedarf für relativ schnelle, sichere Transaktionen dazu führt, dass die Bargeldnutzung langsam über die Zeit abnimmt. Im Moment ist das noch kein echtes Thema, weil drei Viertel aller Transaktionen in Deutschland werden mit Bargeld abgewickelt, also Transaktionen an der Kasse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017